Der Weltfried ist komplett Eine Nachricht vom Schwein Bald werdet ihr zu Schweinefutter Was meinst du, soll ich mit dir gleich machen? Und los! Und Marsch! Oh ja, jetzt wird ganz schön Kugels schmeißen Wir geben unser Bestes! Wir werden überfallen! Seid gegrüßt! Der Feind rammt unser Torhaus ein Hilft uns? Guter, gar nicht, hab's geübt Ein erträglicher Auferlust Ladet nach! Oh, der ist durchgekommen Vorwärts! Eine Nachricht vom Schwein Bald werdet ihr zu Schweinefutter Der Bergfried ist komplett Eine Nachricht vom Schwein Ich mache Hackfleisch aus euch! Hackfleisch! Waffen geschultert! Waffen geschultert! Ich mache Hackfleisch aus euch! Hackfleisch! Ich mache Hackfleisch aus euch! Einfach, damit er nie durchkommt! Können wir machen! Ist ja nicht so, dass ich genügend Ressourcen erfährte, ne? Ich mache euch nicht... Ich mache euch meinen Dicker Aber passt schon So, ich lasse sie jetzt einfach mal da Das heißt, ich habe weniger Leute dafür Egal! Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ich sehe, wie seine Armeen rauslaufen. Hätte was, oder? Was passt eigentlich? Äh, bübben, 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 büben eine Armbusse? So. Achtung! Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, es hätte Rekruten benötigt. Siehst du, das hat mich interessiert. Okay, die haben wir alle. Das heißt, jetzt brauchen wir die hier. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Denn wir wissen ja, Berittene-Bogen-Schütze sind sehr hart. Berittene-Bogen-Schütze sind ziemlich effektiv gegenüber Verteidigungen. Und das werde ich jetzt wieder einsetzen, um halt vorher ein paar... Eine Nachricht vom Schwein. Meine Männer werden eure Knochen zermalmen. Hatte wieder ein bisschen Pfund. Dass jeden Rekruten benötigt sein. Da könnte man so easy Ausfälle machen. Balliste, bereit, my love. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Was hat denn der jetzt, bitte? Normalerweise sagt er das ja, wenn ich verloren habe. Ach, das passiert dann immer. Balliste, bereit, my love. Eine Nachricht vom Schwein. Bald werdet ihr zurück, Schweine-Fogar. Vielleicht ist mir wirklich irgendwann was berittenes. Es werden Rekruten benötigt, Seier. 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 Ja, jetzt kommt er wieder, der jetzt total langweilig ist. Wir werden überfallen. Woher stehen wir, es reicht. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Wir sind bereit. Ein erträglicher Ausverlust. Bereits, eure Lordschaft. Eigentlich sollte das genügen. Muss ich halt nur gucken, dass ich hier rausbekomme. Rück aus! So. Dann beginnt euren langen Arsch. Das heißt, wir werden jetzt ihn hier angreifen. Und dann noch einfach hier runtergehen, zu ihm hier. Weil es ist mir einfach so doof, dass die ganzen Arsch-Bogenschützen so rumstehen und als Patrouille schon da rummeiern. Ich meine, guck euch das mal an. Ich meine, gut, ihr könnt jetzt easy meinen berittenen Bogenschützen killen, aber hier ist halt nix. Beziehungsweise da ist ein bisschen was. Zur Stelle! Ach, da laufen schon ein paar rum. Achtung! Wir werden überfallen, Mustahil! Oh, das ist wirklich ein bisschen effektiv, King of Fischer. Oh, das ist wirklich effektiv, King of Fischer. Das ist wirklich effektiv. Das ist wirklich effektiv. Und los! Freischwert haben sie auch gar nicht mehr so wenig Ja, ich kann mal sehen, wie Shukishaki sind Da kommen seine Anbruchsschützen, da kriege ich sie gerade um den Ende Ein erträglicher Alfa-Lust Herr! Mach nur Erfolg! Wie ich die Anbruchsschützen teilweise schon kille, bevor sie überhaupt durchgeladen haben Ein erträglicher Alfa-Lust Na, ich will sie nicht sofort angreifen, ich möchte eigentlich ein bisschen warten Aber ich schiebe mir die ganze Zeit Leute entgegen Und ich kann schon vorher alle ausschalten Das ist wahre Macht Waffe, wie macht er das? Waffe, wie macht er das? Es ist nichts in der Nähe Moishevel benutzt er nicht Na, da, ich habe es gerade gesehen Ich weiß, wer es macht Waffen geschultert Waffen geschultert Ja, wollen wir mal Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Bereits, eure Lordschaft Eine Nachricht vom Schwein Oh, oh, das Schwein wittert Gefahr Na, da fängt es an zu quieken, oder wie? So, packen wir unseren Anbruchsschützen noch auf Seite Zur Stelle So, der Turm muss weg Flugbahn ist berechnet Ist es schneller? Eine Nachricht vom Schwein Eine Nachricht vom Schwein Eure Tage sind gezählt Und los! So, die bleiben ja als Verteilung da Dann kann ich euch nach vorne holen Um die da auszuholen gewonnen Sie sind weiterhin Auszuholen Wir sind Continue Man Flexigungen Dazu Das government Aber Ja, jetzt denkt ihr, wir haben die Beklochte Ewigkeit neu anzuspannen. Aber ich glaube, diesmal kann er nichts von ändern, diesmal hat er verloren. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist denn, wie geht's los? Das ist nicht gut. Einer wird Machen geschultert. Eine Nachricht vom Schwein. Nein, hängt dem Schwein das Leben, bitte! Okay, angegriffen hat er mich nicht, aber er wollte. Es werden Rekruten benötigt sein. Dann haben wir mir meinen ausgeschaltet. Und zu denen gerade seine Arme, wo er nur zusieht. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. All機會 passtehen. Es werden Rekruten benötigt sein. Das ist halt so sinnvoll, Zerteidigung. So, bist nur noch du übrig. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir dich am dümmsten erledigen. Erstens brauche ich deutlich mehr Einheiten. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Aber deutlich mehr Ambroschützen brauche ich. Es werden Rekruten benötigt, sei er. Wir haben Rekruten. So, komm mal kurz hier vorne hin. Kommt nach Norden. Wir folgen euch, Herr. Greift an, Brüder! Wir stehen zu, nieder mit ihnen! Was wünscht ihr? Spürt meine König! Sie sind wehrlos! Wir sind bereit. Greift an, Brüder! Wir haben das noch kaputt, weil das nervt auf Dauer. Eure Lordschaft, nieder mit ihnen! Der Kornspeicher ist voll. Wir folgen euch, Herr. Gut. Dann lernen wir ihn mal. So. Ihr steht zu mir, meine König sind wehrlos! Seid gegrüßt! Wir sind bereit. Vorwärts, Männer! So, dann können wir ihn zumindest auf ein Ziel einnehmen. Ah, guck mal. Ganz Rekruten schießen wir immer auseinandernehmen. Er ist ein Kornspeicher. Geht nicht. Wir gehen mit Lebe. Der Kornspeicher ist voll. Wir gehen nicht. Nein, wir gehen mit Lebe. Nein, wir gehen mit Lebe. Ein beteilbarer Verlust. Ein vorwärts. Der Kornspeicher ist. Oh man, hab schon mal einen eigenen Einheitenschiss. Okay, lass mal sehen. Oh, wie kann ich ja das denn mit hin? Mal sehen. Gefährlich ist hier eigentlich gar nichts, was er hat. Da sind nicht viele Schützen drauf. Eigentlich ist das easy machbar sein. Jetzt das Vorrausslager voll. Uiuiuiuiuiuiui. Bisschen Platz schaffen. So, als nächstes dann die Waffe kann man voll, ne? Es werden Rekruten benötigt, sei. 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 Das Duell von Armbruchschütze gegen die Rückenwohnschützen ist auch cool. Keine Trift. Es werden Rekruten benötigt, sei. Es werden Rekruten benötigt, sei. Es werden Rekruten benötigt, sei. Wie viele Steine hat er eigentlich? Nicht viele, glaube ich, ne? Es werden Rekruten benötigt, sei. Es werden Rekruten benötigt, sei. So. Nochmal übertriebenes Maß an Brittenbogen schützen. Dann würde ich sagen... Wir werden überfallen. Wir nehmen uns die ganze Verteidigung auseinander. Was wünscht ihr? Im Laufschritt! Seid gegrüßt! Und los! Ihr verlangt viel! Eine Nachricht vom Schwein! Was ist mit dir los? Das... ist mir gut! So, machen wir mal extra im normalen Modus, da es sehr lustig ist. Und Lisa muss einfach sagen, Britten im Bunk ist ein OP. Aber wie gesagt, einfach mal kurz alles auseinanderräumen, hier hinten gehen, wo er die dünnen Mauern hat. Alles in Bergfeld killen, naja, das ist halt der ganze Rest. Und schon von Kanäle kann er mehr anfahren, er hat nämlich kein Leder mehr. Ja, wow, die fünf Einheiten, die du jetzt ranholst. Das ist schon am liebsten auch nicht geschafft. Hat mir schon fast irgendwie zu lang gedauert. Bye-bye Schweinchen! Eine Nachricht vom Schwein! Nein! Schenkt dem Schwein das Leben! Bitte! So wie du über auf den Sack gegangen bist, schenke ich dir bestimmt nicht das Leben. Die ganzen Hühner noch töten. Sieg! Sieg! Ui! 30 Jahre lang Krieg! Am Ende hat man gewonnen! Ich war ganz schön produktiv, wenn man sich das anguckt. Nur das Schweinchen war ein bisschen produktiver, aber... ...hat weniger draus gemacht. Der Wasserlauf! Da ist ja kein Wasser. Was lieben die mich wieder an? Weil... ...das andere Wäsche in der Wüste hängt und ich habe alle meine Ressourcen bei mir. Ich meine, gut... ...das ist hier eine interessante... Ja gut, Witcher hat den Hühnenvorteil, wenn ich es richtig sehe. Der hängt auf dem Berg und ich muss die ganze Strecke nach oben gehen. Und ich hänge unten. Das ist eigentlich... ...ja... ...kann ich eigentlich von oben theoretisch wegsnipe. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ihr könnt auf uns Killerspiel... Wohin gehen wir an? Ein Leichtes! Allzeit bereit! Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch! Ja, ein Map ist das Unglaubige groß! Wir haben ihn mit Vergnügen! Wir können hier einfach einen Turm setzen und das war's! Warum nicht mal zwei Türme für? Einen einzigen hat genügt! Das ganze was müssen wir uns herholen! Alter, hab ich viel Platz im Übrigen, ne? Ich hab so viel... WTF, warum brauch ich so viel? Da kann ich einfach ein, zwei machen und die können nicht hochballern? Schauen wir uns das mal an! Wenn ja, müssen wir einfach nur schnell die Truppen ranholen! Bevor Witchy seine hat! Und dann haben wir schon gewonnen! Einmal, zweimal... Einmal, zweimal, so... Dann brauchen wir einmal... Das da... Und trotzdem würde ich sagen, das da... Wir werden überfallen! Eins, zwei... So, 25... AACHTUNG! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Bereits, eure Lordschaft! Direkt früh die Truppen ranholen und dann mal gucken, ob es was bringt... Aber sollte eigentlich schon was bringen? Man sieht, er hat ja sogar seine Schwertkämpfer da! So, ich bin mir unschützig, wie ich jetzt genau vorgehen werde! Ähm... Nahrung haben wir sicher! Das ist schon mal das Wichtigste! AACHTUNG! Es werden Rekruten benötigt, Sire! 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 AACHTUNG! Es werden Rekruten benötigt, Sire! Zur Stelle! Und... Marsch! ... 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 Ach, schon wieder Kadifen? What the fuck? Oh, der Holz! Äh, möchte ich nicht. Äh, ja, das machen wir den nächsten Part, würde ich sagen. Also, äh, morgen. Dafür, dass ich mich schon nicht so lange gebraucht habe, ging es mir mit Witchy ziemlich einfach. Äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.